hallo zusammen es geht weiter mit fortnite viel spaß beim zusehen wünsche ich elfte woche fortnite chapter two season 7 und wir müssen mit einem alien parasiten bei belieber beach wenn man auch lazy lake oder pleasant park tanzen das ganz einfach wir müssen uns infizieren lassen mit so einem viech auf kopf und dann einfach nur tanzen so was ähnliches gab es ja schon mal da gab es die herausforderung infizieren zu lassen und dann mit sunny in belieber bischof sprechen bringt machbar also los ich höre elimo perfekt du bist du elimo die unter mir so kann auch mein kopf ja sehr gut einmal ohne tanzen perfekt damit ist der tanz mit einem parasiten auf dem kopf auch erledigt danke bis zu sehen tschüss bis zur nächsten folge macht's gut